Ja, liebe Freundinnen und Freunde, mein politisches Engagement begann als Schüler in der Arbeitsgruppe meiner B&D-Kreisgruppe Tümpel und Lurche. Wir legten Biotope an, kartierten Frösche, Kröten und Molche, pflegten die letzten Sumpfschildkröten unserer Gegend und vor allem mein Lieblingsgebiet war die Kartierung von Libellen. Vor kurzem fuhr ich wieder in die Wiesen, Felder und Wälder der Hannoverschen Moorgest. Und das, was ich als Jugendlicher gezählt habe, das gibt es nicht mehr. Die Insektenpopulationen sind weitgehend zusammengebrochen, die Zahl des Summens und Sirrens, die Lautstärke hat abgenommen. Und vor allem die Schmetterlinge, die wir damals gezählt haben, die Populationen sind nur noch ein Schatten ihrer selbst. Was viele nicht wissen, es sind nicht nur die Insekten, die sterben, auch die Vogelpopulationen sind insgesamt über 80 Prozent eingebrochen. Und rund um diese Europawahlen wird entschieden, was mit dem mittelfristigen Finanzrahmen der Europäischen Union von 2021 bis 2027 passiert. 256 Milliarden Euro Agrarsubventionen der Europäischen Union in atemberaubender Höhe. Und wir Grünen sagen dazu, dieses Geld darf nicht länger dafür ausgegeben werden, dass unsere Landschaften leer werden. Es muss wieder summen und sirren. Dieses Geld muss in eine nachhaltige Landwirtschaft. Lasst uns diese Europawahlen gemeinsam zu einer Abstimmung über das Insektensterben, über das Vogelsterben und über eine Landwirtschaft machen, die mit den Grenzen unseres Planeten in einhergeht. Aber bei dieser Europawahl geht es auch um mehr als nur grüne Herzensthemen, so wichtig die für uns sind. Überall in Europa haben Rechtspopulisten zwei Ziele, zwei Feindbilder. Erstens Migranten, Ausländer, Flüchtlinge und zweitens die europäische Einigung selbst. Was die CSU jetzt in Bayern macht, kennen wir aus anderen Ländern längst. Rechtspopulistische Politik kommt bei den Parteien an, die bisher die Regierungen getragen haben. Die CSU fordert jetzt Rechtsbrüche als Antwort auf Rechtspopulismus und nationale Alleingänge statt europäische Lösungen und multilaterale Institutionen. Ende diesem Monat wird entschieden, ob Europa endlich die Reformen bei Migration und beim Euro braucht, bekommt, die es so dringend braucht. Und diese europäische Lösung können wir nicht bekommen, wenn wir in Deutschland eine Regierungskrise bekommen, die aus Bayern kommt. Und deshalb lasst uns klar sagen, Europa darf nicht an Deutschland scheitern und die deutsche Regierung darf nicht aus Bayern zu Fall gebracht werden. Wir brauchen jetzt europäische Verantwortung. Wir sind bereit, diese Verantwortung zu übernehmen. Applaus Und ich möchte eins hinzusetzen. Die Situation in Berlin derzeit ist so dramatisch, dass ich es peinlich finde, wie die SPD mehr oder weniger dazu schweigt und sagt, sie hätte damit nichts zu tun. Das alles ist eine Stunde deutscher Verantwortung in Europa und unserer Verantwortung vor den Grundrechten. Das darf man niemals beschweigen. Unsere Partei hat das nicht beschwiegen und wird das niemals beschweigen. Wenn es um Europa geht, dann stehen wir, dann verhalten wir uns. Dann verteidigen wir Europa. Wir handeln verantwortlich für unser Land. Wir lassen dieses Land nicht, überlassen dies nicht den Gegnern Europas. Denn wir wissen, wir können diesen Planeten nur schützen mit einem geeinten Europa und wir haben nur diesen Planeten und wir haben nur diese europäische Einigung, um den Rechtsrahmen zu bauen, den wir brauchen, um Klima zu schützen, Menschenrechte zu verteidigen und die Demokratie zu erhalten, liebe Freundinnen und Freunde. Und diese Klarheit hier in Deutschland, die gilt nicht nur hier, die gilt auch in Brüssel. Denn der Umgang mit den Orbans und seinen Freunden, denjenigen, die in ihren Ländern mit der Europäischen Union dreckig umgehen, der muss sich ändern. Und da gibt es eine ganz einfache Forderung. Europa muss alle Regierungen auf ihre Verhalten zu Rechtsstaatlichkeit und Demokratie überwachen. Und die Länder, die grundlegend mit Rechtsstaatlichkeit und Demokratie brechen, die dürfen ihre europäischen Fördergelder nicht mehr überwiesen bekommen, sondern da müssen dann die Unternehmen, die Bauern, die NGOs ihre Anträge in Brüssel stellen. Dann nämlich hört es auf, dass Viktor Orban und Co. mit diesen Geldern auch noch Korruption und Klientelpolitik betreiben können. Das ist eine klare Antwort. Vor zwei Wochen war ich in meiner Lieblingssteueroase Malta und ich werde diese Arbeit und will diese Arbeit gegen Finanzkriminalität und Steuerflucht fortsetzen. Europa braucht Steuergerechtigkeit als Teil sozialer Gerechtigkeit. In den letzten Jahren ist da unheimlich viel passiert. Europa hat Apple eine Rechnung von 17 Milliarden Euro geschickt. Man kann nicht mehr einfach im Ausland ein Schweizer Bankkonto eröffnen. Aber wir sind noch nicht fertig mit dem Kampf gegen die Finanzkriminellen. Und ich werde da erst Ruhe geben, wenn die Steueroasen zu sind und alle ihre Steuern da bezahlen, wo sie erwirtschaftet worden sind. Mein Name ist Sven Giegold aus dem Kreisverband Düsseldorf. Ich bitte euch um weitere Vertrauen für weitere fünf Jahre und kandidiere hier mit dem einmütigen Votum und Unterstützung des Bezirksverbands Niederrhein-Wupper und meines großartigen Kreisverbandes in Düsseldorf. Vielen Dank.